Ticket Today, Ihr Ticketservice im Internet unter www.ticket-today.de Die Freizeitmesse Wandern, Angeln, Natur lockt Naturfreunde in die Messe Chemnitz. 50 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren Anglerbedarf, Outdoor-Artikel und Zubehör, aber auch Literatur für die aktive Freizeitgestaltung. Ein interessantes Rahmenprogramm bietet unter anderem Westernreiten, Fachvorträge oder die Sonderschau Heimische Fische. Die Messe ist vom 22. bis 24. September täglich von 10 bis 18 Uhr für alle geöffnet.